Mit dem gemeinsamen Nutzen eines Netflix-Kontos mit mehreren Personen soll nun endgültig Schluss sein. Oder etwa doch nicht? Es gibt hier ein paar Dinge, die Netflix nicht an die große Glocke hängt. Manches davon durchaus interessant und unerwartet. Ich beobachte das Thema schon einige Zeit und fasse euch den aktuellen Stand in diesem Video zusammen. Und damit herzlich willkommen zu ULabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Beim sogenannten Account Sharing geht es darum, dass eine Person Netflix abonniert und die Zugangsdaten zu diesem Konto an zusätzliche Personen weitergibt. Diese können dann über dieses geteilte Konto Netflix-Inhalte streamen, ohne selbst ein Abo abschließen zu müssen und dadurch eben einiges an Geld sparen. Offiziell ist das sogar erlaubt, aber nur mit Personen, die im gleichen Haushalt wohnen. Viele haben ihr Konto aber auch mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts geteilt. Das wurde lange Zeit geduldet. Doch ab 2019 hat Netflix gegenüber seinen Investoren angekündigt, dass man nach nutzerfreundlichen Möglichkeiten sucht, um das einzuschränken. Eigene Untersuchungen zufolge streamten damals 100 Millionen Nutzer über das Konto eines anderen. Das heißt, die machen dann von Account Sharing Gebrauch. Erste Tests mit Warnmeldungen gab es bereits 2021. Während Netflix durch die Einschränkungen der Pandemie profitierte, sah es dann gegen Ende hin, als die meisten Maßnahmen schrittweise gefallen sind, deutlich schlechter aus. Daher machte der Konzern nun ernst. 2022 startete eine Testphase, um das gemeinsame Teilen von Konten zu unterbinden. Ursprünglich geplant war, dass ab Anfang 2023 jeder Mitnutzer entweder extra bezahlt, sich einen eigenen Account mit neuem Abo abschließt oder auf das Streaming-Angebot verzichten muss. Der Plan wurde verschoben, wahrscheinlich weil die Experimente in den ersten Ländern nicht so gut liefen, zum Beispiel in Spanien, da hat man herausgefunden, dass zwei Drittel der Nutzer, also der Zuschauer, Mitnutzer eines anderen Kontos sind, also kein eigenes Abo abgeschlossen haben. Der Konzern hat nach Einführung der Maßnahmen ungefähr eine Million Nutzer verloren. Die Zahlen sind inoffiziell, weil Netflix hier keine genaue Auskunft gibt. Es zeigt aber, wie das nach hinten losgehen kann. Der Konzern hielt an dem Plan trotzdem fest, ab Ende Mai 2023 ging es dann auch in Deutschland los. Da hat Netflix eine E-Mail an die Kontoinhaber gesendet, von denen sie denken, dass sie ihr Konto mit anderen Personen außerhalb des eigenen Haushalts teilen. Sie informiert, dass das Teilen eben nur für Personen innerhalb des eigenen Haushaltes gedacht ist. Sollte jemand von außerhalb dabei sein, das soll man bitte prüfen. Dann muss eine zusätzliche Mitgliedschaft für eben die 490 im Monat pro Person gebucht werden. Oder eben ein eigenes Konto, wofür man auch so einen Migrationsassistenten gebaut hat, der die ganzen Daten wie Serienfortschritte, Listen und so weiter überträgt. Konsequenzen oder gar Drohungen enthält die E-Mail aber nicht. Sie erweckt eher den Eindruck, als ob Netflix seine Bedingungen verändert hat und der Nutzer soll eben bitte prüfen, ob er hier etwas tun muss. Dass solche Zusatzmitglieder zukünftig extra zahlen müssen, das klingt ja auf den ersten Blick noch halbwegs fair. Doch selbst dieser offizielle Weg besitzt einige Einschränkungen. Erst ab Standard, also dem zweit teuersten Abo für 12,90 Euro pro Monat, ist es überhaupt möglich und erlaubt in diesem Abo nur ein einziges Zusatzmitglied. Wer ein zweites Zusatzmitglied haben möchte, der muss das teuerste Abo für 17,99 Euro nehmen und zahlt dann mit diesen Zusatzgebühren insgesamt 27,97 Euro. Mehr als zwei Zusatzkonten ist überhaupt nicht möglich. Hier müssten dann die restlichen Leute sich mindestens ein eigenes oder mehrere eigene Konten machen. Jedes Zusatzmitglied besitzt zudem nur ein einziges Gerät, auf dem man Inhalte parallel angucken kann. Herunterladen ist nur auf jeweils einem Smartphone oder Tablet möglich und man kann auch nur ein Profil anlegen. Durch die starken Einschränkungen ist es also nur für Einzelpersonen wirklich sinnvoll nutzbar. Wer als einzelne Person sich ein Abo buchen möchte, der hat ohnehin schlechte Karten. Die Pakete bündeln nämlich nach wie vor Bildqualität mit der Anzahl an gleichzeitig nutzbaren Geräten. Für Full HD, also seit Jahren Standard, zahlen sie den Aufpreis eines zweiten Gerätes stets mit. Wer die 4K-Auflösung möchte, der muss sogar vier Geräte mitbezahlen, auch wenn er als einzelne Person ja immer nur eines gleichzeitig nutzen kann. Auch das machte das Account-Sharing für viele lukrativ, denn so zahlt man im besten Fall eben nur 4,50 Euro im Monat. Das ist ein Preis, wo viele sicherlich sagen, der ist fair. Aber wie möchte Netflix zukünftig solche gemeinsam genutzten Konten erkennen und vor allem welche Konsequenzen drohen, wenn sie das bemerken? Da hat Netflix lange Zeit zu geschwiegen und es gab einige Mutmaßungen. Daher fragte Golem im Juni 2023 einfach mal nach. Die überraschende Antwort, gar nicht. Es folgt keine Kündigung des Kontos oder, Zitat, irgendeine sonstige geartete Form von Konsequenzen, Zitat Ende. Nachdem Netflix über Jahre hinweg daraus ein großes Thema gemacht hat, kann man also nun einfach weitermachen wie bisher. Wer den offiziellen Weg von den Zusatzmitgliedern verwendet, der muss als Kontoinhaber zunächst einen Hauptstandort für sein Konto festlegen. Erst ab diesem Zeitpunkt werden dann Zugriffe außerhalb dieses Standortes verweigert. Diese Einschränkung ist neu und betrifft klassische Einzelkonten bisher nicht. Mobile Geräte im Mobilfunknetz oder an Hotspots sind davon ausgenommen. Wer mit dem Handy unterwegs schaut, der bekommt also nicht direkt ein Problem. Mit zum Beispiel dem Laptop oder Tablet beim Partner, der Partnerin, den Eltern und ähnlichen Konstellationen hingegen schon. Hier scheint Netflix eine veränderte Variante der Ein-Monats-Regel übernommen zu haben, die zuvor schon mal wahrscheinlich versehentlich in einem offiziellen Support-Dokument aufgelistet wurde, aber nur in den USA und als Medien darüber berichtet haben, hat Netflix die Seite kommentarlos zurückgesetzt. Die nun in Deutschland gültige Fassung ist noch etwas komplizierter. Man muss dafür ein Mobilgerät, also ein Smartphone oder Tablet, am Hauptwohnsitz im Netzwerk anmelden, also Netflix installieren, ins WLAN gehen, mit dem Account einloggen. Geräte an anderen Orten lassen sich für einen Monat freischalten, wenn sich dieses Mobilgerät, also zum Beispiel das Smartphone, im gleichen Netzwerk befindet. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel zu eurer Freundin oder zu eurem Freund geht und dort auf dem Fernseher Netflix schauen möchtet, dann müsst ihr euer Handy dabei haben. Das muss in das WLAN-Netzwerk dort eingebucht sein und mit der App könnt ihr es dann für einen Monat freischalten. Es wird also teurer und komplizierter, doch damit hat Netflix anscheinend Erfolg. In nur einem Quartal konnte der Konzern satte 5,9 Millionen neue Kunden hinzugewinnen, das sind etwa dreimal mehr als erwartet. Offensichtlich haben diese Drohungen über Jahre, dass man etwas unternehmen wird, zusammen mit einer subtilen E-Mail schon ausgereicht, damit einige Menschen freiwillig mehr bezahlen. Und als Bonus gibt es für die sogar noch ein paar Gängelungen obendrauf. Wirklichen Gegenwind sehe ich dazu nicht. Zwar gab es kürzlich eine Abmahnung durch den Bundesverband der Verbraucherzentralen, hier ging es aber nur um die Beschriftung von diesem Knopf, mit dem man eine neue Zusatzmitgliedschaft starten kann. Die ist unzulässig, weil es eben nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dass das kostenpflichtig ist. Um die Geschäftspraktiken selber geht es gar nicht, Sie müssen bloß diesen Knopf anders beschriften und dann ist das Ganze aus Sicht der Verbraucherzentralen derzeit erledigt. In gewisser Weise hat also Netflix zumindest einige von euch erfolgreich veräppelt. Das bisherige Account-Sharing, das ist weiterhin möglich und dagegen wurde nicht wirklich etwas unternommen. Es ist sogar noch etwas lukrativer als vorher, zu Lasten der eher gutgläubigeren Menschen, die diese E-Mail lesen, sich dann diese Zusatzmitgliedschaft buchen. Die zahlen nicht nur drauf, sondern haben tatsächlich noch neue Einschränkungen, falls sie ihr Netflix mal außerhalb von ihrem gewohnten Haushalt nutzen möchten. Marketing-technisch clever. Einige haben ja angekündigt, wenn Netflix das durchsetzt mit dem Anti-Account-Sharing, dann kündigen sie ihr Abo. Diese Menschen sind jetzt erhalten geblieben, weil für die ändert sich ja nichts. Zeitgleich haben sie aber eben doch Geld von diesen Freiwilligen, die jetzt doch bezahlen, abgeschöpft. Man darf gespannt sein, wie das weitergeht, denn Netflix hat mit ihren Zahlen zwar einerseits überrascht, was die Abo-Zahlen angehen, aber die Erwartungen der Finanzmärkte trotzdem etwas verfehlt und deswegen gelobt, dass sie hier mehr tun möchten, um stärker zu wachsen. Man möchte zum Beispiel solche Zusatzmitglieder auf Dauer in eigene Abonnements umwandeln, die den vollen Preis bezahlen. Das erklärt auch die Einschränkungen, die ich vorher aufgelistet habe. Außerdem möchte man das bisher günstige, kostenpflichtige Abo komplett streichen. Ich bin gespannt, ob es Netflix hier auch gelingen wird, genügend Menschen durch geschickte Kommunikation in die gewünschte Richtung zu lenken. Was sehen wir darüber? Schreibt es gerne zu uns auf gelabs.de, ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.